Leute, es ist offiziell Oktober, die Halloween-Season geht los. Ihr habt uns wieder Fragen gestellt und wir reden darüber, was sind die verstörendsten, was sind die besten, was sind die blutdicksten Horrorfilme. Ja Leute, Happy Halloween noch nicht, aber wir starten jetzt langsam rein. Der Countdown läuft. Ihr habt schon die Terrifier-Watch-Party ins Urteil hoffentlich gesehen. Und jetzt haben wir nach euren Fragen wieder gefragt zu Horrorfilmen und Halloween und den wollen wir uns jetzt stellen. Wir müssen uns diesmal auch ein bisschen vorbereiten, damit wir richtig gut antworten können. Es gab auch ein paar Sachen, da mussten wir uns auch echt vorbereiten. Und ich würde sagen, du darfst mal die erste Frage direkt sehen, ob das geht. Bisa Samenfan99 hat zwei Fragen. Glaubt ihr selber an Geister, Dämonen etc.? Ein bisschen, auf jeden Fall. Ich habe einen Kumpel, der hat mal über so einem, wie nennt man das, wo die Leichen abgelagert werden gewohnt? Krematorium? Nee, auf jeden Fall so ein Ding halt. Und der schwört darauf, aber der ist auch sehr empfänglich dafür, der schwört, dass immer so ein Geist will im Zuhause oder sowas. Aber der redet auch davon, als ob das cool ist. So völlig geisteskrank, ja. Geister, Geister. Du? Ich möchte eigentlich nicht, aber ich hatte auch so eine ähnliche Situation. Ich war Au-Pair in New York und einer, der da mit mir in dem Haus gewohnt hat, meinte, weil das Haus lag auf einem Native American Friedhof. Oh, wie bei Friedhof der Kuscheltiere. Ja, und er meinte, dass er nachts immer so ein kleines Mädchen sieht und das fand ich irgendwie nicht so geil. Also ne. Wenn mir sowas passieren würde, also wenn ich wirklich mal, dann ist es vorbei, ich glaube, dann kann ich mich direkt irgendwie, kann ich Tschüss sagen. Dann will ich gar nicht mehr. Ja, ich würde direkt so, jeet, aus dem Fenster und das war's. Aber das ist die Antwort. Wir wollen nicht. Ja, 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 wirklich. Ne, wir wollen nicht. Und noch eine Frage hat er, gibt es bestimmte Horrorfilme, die ihr nie angucken würdet aufgrund einer bestimmten Angst? Ich zum Beispiel finde Puppen verdammt gruselig und werde mir niemals Chucky ansehen. Hast du die Frage gestellt? Ja, oder? Bizarre-Zerm-Fan 99, ich glaube wir beide, sind Best Buddies for Life ab jetzt, weil niemals werde ich mir Chucky ansehen. Ich hatte dieses kleine Scheißding und das... Ich finde Chucky so ungruselig halt einfach. Ja, aber du hast ja auch nicht dieselbe Backstory. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Bei mir, also ich habe so ein paar Filme zu Hause, warum habe ich die denn gekauft? Keine Ahnung. Die, wo ich da stehe und denke so, ja, die stehen jetzt da, aber ich werde sie wahrscheinlich nie angucken. Ich habe auch ein bisschen krank scheiße, also hast du mal von der Vomit God Trilogie gehört? Nein. Google nicht, vergesst einfach, was ich gesagt habe, dass, äh, da habe ich Angst vor, das zu gucken, diese ganzen, ähm, was ich dann auf Börse kaufe und sowas, da fühle ich mich fast illegal manchmal, wenn ich die gucke, so. Dann denkst du immer so, ah. Das ist auch irgendwie eklig dann. Next. Die Frage kommt von Can Zockt, welcher war der erste Horrorfilm, der euch psychisch zerstört hatte, beziehungsweise nah an die Kotzgrenze gebracht hat? Ja, also psychisch zerstört hat mich ein Horrorfilm, den ich nie gesehen habe, ähm, das klingt total bescheuert, aber als, eigentlich möchte ich das gar nicht sagen, aber, also. Ich hatte das damals ein bisschen mit The Ring, äh, den haben alle in der Schule geguckt. Und dann mache ich das auch. Ja, aber halt eher dieses so, mir wurde immer erzählt, ich habe den geguckt und dann ist wirklich nachts der Fernseher angegangen, so auf Grisel und sowas, und ich hatte auch noch so einen Fernseher, den man auch so schwarz-weiß Schieberegler stellen konnte. Ich glaube, psychisch zerstört habe ich damals Hereditary, da ging es mir wirklich gar nicht, gar nicht gut nach im Kino. Also, das war wirklich hart, obwohl ich eigentlich sehr viel aushalte, aber der war psychologisch halt so schlimm. Aha, ja, versteckt. Ähm, auch, ich habe auch noch einen kleinen Bruder, ich glaube, der spielt auch nochmal da mit rein und sowas. Du hast ja noch gefragt, wegen, äh, An die Grenze vom Kotzen. Ich habe tatsächlich da zwei Filme. Äh, einmal bei Bone Tomahawk. Mhm. Da gibt es diese Szene, wo der Typ in der Mitte durchgerissen wird und ich weiß nicht überhaupt, ich habe den geguckt und die hämmern da ja zwischen ihm rum und sowas und ich dachte irgendwie, die schlagen dem jetzt die Eier ab oder sowas. Und dann zerreißen die den auf einmal, ich war so nicht drauf vorbereitet, dass ich Pause gemacht habe direkt und ich brauchte so, okay, was ist jetzt passiert? Und das andere ist, äh, kennt ihr bei Holocaust, da gibt es diese Szene, wo eine Schildkröte ausgeweidet wird und, also da ist mir wirklich schlecht geworden. Sweet. Die nächste Frage kommt von Henry Johnson, V7K. Was sind eure Lieblingshorrorfilme und warum, Howdy? Äh, ich habe ja schon im Lieblingsfilme-Video damals gesagt, Martus ist einer meiner Lieblingsfilme sowieso, deswegen, äh, ist es auch, ja, einer meiner Lieblingshorrorfilme auf jeden Fall. Sonst, äh, ich liebe The Shining. Tatsächlich erst seit, seit ich das Buch gelesen habe, liebe ich den noch mehr. Ja, davor fand ich ihn immer sehr gut, dann habe ich das Buch gelesen und liebe den jetzt über alles. Die Fliege, finde ich, ist so ein, äh, Zehn-von-Zehn-Ding. Und, äh, den irgendwie viele nicht mehr so auf dem Schirm haben aus den 80ern, Night of the Creeps, ist, äh, so ein, ja, auch so ein Zombie-80er-Trash-Film, würde ich sagen. Und das Krasse an dem ist halt, man juckt sich um die Figuren, was es so wenig in einem Film geht. Es gibt da, äh, ein Figur, der ist wirklich, wirklich traurig. Und das kennt man so wenig aus, aus diesen Slasher-Sachen und das, äh, den liebe ich, denn das ist auch so ein bisschen in den letzten Jahren so Halloween-Tradition bei mir geworden. Was ist bei dir? Ich finde es sehr schön, dass du hier den Klassikern die Bühne gegeben hast, deswegen, ich habe mir schon gedacht, dass du in so eine Richtung gehst, also, äh, sage ich lieber mal was Neueres. Und zwar, ich fand Talk to Me richtig, richtig geil, weil ich vorab, hatte ich auch so Schiss davor, weil gerade so, so billige Jumpscares und sowas mit Geistern und so, auch wenn ich nicht daran glauben will, ähm, das erwischt mich meistens immer total. Das ist gut. Also, es ist schon peinlich und ich fand das so geil an diesem Film, weil ich bin vorher rein und dachte mir, oh, ich werde die ganze Zeit mich erschrecken und rumschreien und das ist halt auch manchmal in der Pressevorführung echt ein bisschen peinlich. Aber das ist mir dann gar nicht passiert, weil der halt so damit spielt, er spielt so schön mit den Erwartungen, schon allein in dem Moment, wo sie das zweite Mal die Hand rausholen und du denkst jetzt, oh, jetzt kommen hier wieder die schlimmen Sachen. Nee, dann kommt erstmal eine Montage und die haben Spaß und man kriegt als Zuschauer erstmal erklärt, warum die das so geil finden, weil an sich guckt sie das an und denkt, sie sagt, ja, seid dumm, stimmt was nicht mit euch, warum macht ihr das? Aber dann merkst du erst, okay, das hat auch schon so eine Art High für die und so einen Adrenalinkick und macht Spaß. Ayran Manalia Stoney Schwach, vielleicht, das ist so ein, wo man die Worte rausfischen muss, fragt, gibt es deutsche, deutschsprachige Horrorfilme, Psycho-Thriller, die ihr empfehlen könnt? Absolut, ich sehe, ich sehe, es ist ein österreichischer Film, ich lasse dir jetzt mal einen Backmash auf, ah, schön, ja, kann ich absolut empfehlen. Ja, ist sehr geil, ja. Da kommt übrigens auch dieses Jahr noch das Teufelsbad von den gleichen Duchessörinnen, da habe ich sehr Bock drauf. Bei mir, ich muss mal dann vielleicht kurz die Chance plagen, ich habe ja bei einem Film mal mitgemacht, 2018 und der ist 2021, glaube ich, rausgekommen, hinter den Augen die Dämmerung, also ein Kumpel von mir hat den gemacht. Hat sogar Premiere in London. In London, ja, auf dem Aero-Fried-Fest, heißt das so? Keine Ahnung. Und ich bin natürlich auch irgendwie geblendet davon, dass ich da selber dran mitgearbeitet habe und irgendwie diese ganze Produktionsgeschichte kenne und sowas, aber ich liebe den auch so, ich habe den bestimmt sechs, sieben Mal auch einfach zu Hause geguckt, weil ich den so toll finde. Die nächste Frage kommt von Benni13. Top 3, heftigste Horrorfilme. Boah, finde ich cool. Also, ich würde Kanye-Ber-Holocaust auf jeden Fall mit reinnehmen bei mir. Ja, im Ato ist jetzt noch mal zu sagen, mir ist ein bisschen langweilig, deswegen, weil ich ja schon meinte, ich habe so ein paar Horrorfilme zu Hause, wo ich mich manchmal so ein bisschen illegal fühle. Einer davon war Cannibal, also Kannibal. Da geht es um diesen Kannibalen von Rothenburg, also auch ein deutscher Film von Marian Dora. Leute, die sich ein bisschen auskennen in diesen Underground-Filmen, kennen vielleicht Melancholie, der Engel, das ist der Typ, ja. Und der hat eine Szene, ich glaube, ich kann da daraus gar nichts erzählen, weil der hatte gar keinen Verleiher und sowas. Aber es geht um Kannibalen und eine echte Geschichte und sowas und der ist sehr, sehr grafisch und sehr billig gedreht, was das alles nochmal verstärkt, dass es sich irgendwie ganz unangenehm anfühlt, aber dafür krasse Effekte hat. Und das zusammen macht so einen komischen Realismus aus, das ist ganz übel. Lief damals auf Fantasy Filmfest auch und das ist, ich glaube, ein spanischer Film, nämlich auch zu Hause. Und das war auch so ein Ding, der so explizit in manchen Szenen ist, auch was Sexsache angeht und sowas, wo ich mich so unwohl gefühlt habe, wo ich auch dachte, ist sowas erlaubt? Nee, das ist wirklich, das ist krank, ist das. So, der ist eigentlich, ich glaube, der ist gar nicht so schlimm, aber irgendwas hat mich irgendwie sehr verstört, ja. Bei mir sind es tatsächlich gar nicht so oft die ekligen Sachen, ich muss aber auch gestehen, also ich grabe nicht so tief in den dunklen Löchern wie du. Auf der Suche nach dem widerlichsten Film, den ich finden kann. Nee, aber bei mir sind es oft so die Psychosachen, die eher zünden und die mich dann eher fertig machen. Deswegen, ich fand tatsächlich der Unsichtbare, ich fand den so unangenehm. Der Neue. Ja, den mit, wie heißt sie, Elizabeth Moss. Einfach die Vorstellung, so dieses Gaslighting Ultimo, was wir jetzt auch schon gelernt haben, wo ich richtig gut drin bin. Die Story erzählen wir immer noch mit Sebastian, der arme Alter. Nee, aber so diese ganzen Momente, weil gerade, wenn man, ich weiß auch, ich wohne alleine und ich bin nachdem ich im Kino war, bin ich nach Hause und war erst mal so, ich will eigentlich jetzt gerade alle Lichter anmachen, aber ich traue mich auch gleichzeitig nicht, alle Lichter anzumachen. Dann halt so, ja, so Klassiker eigentlich wie The House that Jack built, ist halt schon... Übel, aber auch Meisterwerk. Ja, ja, voll, voll geil, aber halt auch echt eklig, wo man sich auch fragt, wer kommt auf so einen kleinen Scheiß? Der ist auf Psycho halt, ja. Ja, ja, und ja, sonst würde ich jetzt spontan sagen Antichrist und den kleinen Whatch. Ja, der Lars, der weiß, was er macht. So, die nächste Frage sieht ein bisschen länger aus hier. Von Sidney fragt, von welchen Regie-Talenten, die nie einen Horrorfilm gemacht haben, wünscht ihr euch am meisten einen Ausblick ins Horror-Show? Haltet sie sich kurz. Ja. Oh, okay. Also, wenn ich bedenke, dass Jordan Peele von Comedy kommt und so guten Horror macht, würde ich sagen, auch irgendjemand aus dem Comedy-Genre, also vielleicht Judd Apatow und dann ist Seth Rogen die Hauptrolle. Das ist geil. Ich glaube, ja, Comedy-Leute, die Horror machen, das passt eigentlich ganz gut. Ich würde aber trotzdem sagen, ich lächze nach dem ersten Horrorfilm von Nolan. Er hat ja auch mal gesagt, dass er, glaube ich, nicht so uninteressiert wäre, aber wahrscheinlich macht er dann doch wieder irgendwas Zeit. Er soll machen, was er will. Dann die nächste Frage, würdet ihr in einem Slasher mitspielen, um zu schlitzen oder zerschlitzt zu werden? Ich fände beides geil. Das ist eine sehr geile Frage. Also, ich fände es geil, natürlich fähig, jemanden aufzuschlitzen, aber ich fände es auch geil, wenn dann aus mir so Gedärme rauskommen. Frank ist das. Ich liebe auch, also ich mag es auch so im Matsche und sowas rum und so, weiß ich nicht, wenn man so selber Buletten macht, dann ist es auch so ein... Und das würde ich dann, aber ich glaube, ich wäre dann so die ganze Zeit gewagt, wenn ich sehe, ich habe so einen aufgeschlitzten Bauch, dann würde ich die ganze Zeit da reinfassen wollen, aber das darf ich dann ja nicht. Oh, die Wurst. Also, ich würde gerne beides machen. Ich würde gerne getötet werden mit einem Film, nicht in echt. Ich würde am liebsten so etwas mit meinem Kopf, dass ich danach noch so eine Abformung mit meinem Kopf habe und den so... Hätten wir es nicht letztens auch irgendwie darüber gesprochen? Dann würde ich mir so meinen Filmregal stellen, so die Abformung von meinem eigenen Kopf und einer Axt drinstecken. Oh ja, stimmt, stimmt. Das fände ich, glaube ich, geil. Ich hatte so wie bei Terrorfire 2, so einen Moment, wo du eigentlich schon so halb tot bist und dann noch Mama. Das fände ich eigentlich auch ganz geil. Die letzte Frage lautet, guckt ihr Horrorfilme lieber in Gesellschaft, um die Angst, Fremder mitzuerleben, oder ganz allein, um in eurer eigenen Angst zu brodeln? Also, ich kann nicht bei mir sagen, ich gucke lieber alleine, glaube ich. Außer so richtige Gorsachen, so Substanceance oder sowas, aber ich gucke gerne sowieso alleine. Ich bin auch lieber allein. Einsamwölfe, ja. So, die nächste Frage kommt von Hard Am Limit mit zwei T. Was sind eure Lieblingsjumpscares aus allen Horrorfilmen, die ihr je gesehen habt? Also, als erstes ist mir tatsächlich der Insidiousjumpscare in den Kopf gekommen. Ja, der Klassiker. Aber ich glaube, wenn es um die Besten geht, muss man schon, auch wenn ich gar nicht so Fan bin vom ersten Teil, aber Freitag der 13. Teil 1, also das Original, der Lake Jumpscare. Aber welchen ich noch besser finde, ich gucke die ja gerade alle nochmal, der Kevin Bacon Kill ist so fucking genial, weil er liegt ja auf dem Bett und dann tropft es von oben. Und du denkst, der Jumpscare kommt von oben, dann kommt er von unten. Und das ist ziemlich smart immer, finde ich. Ja, ergibt überhaupt keinen Sinn, dass er das schafft, den Killkopf zu treffen, ohne es zu sehen und durch das Kissen. Das ist Jason. Ja, okay, gut. Aber es ist eine gute Wahl. Bei mir ist es, um zu Hereditary zurückzugehen, ganz klar, der Toni Collette Jumpscare allein dafür hat sie einen Oscar bekommen sollen. Welche, wo sie oben hängt? In der Ecke, ja, wo man sie nicht sieht. Und dann erst nur so, funch. Ich habe das beim ersten Mal wirklich null gesehen. Die nächste Frage kommt von Marie. Wenn ihr einen eigenen Horfeln drehen würdet, worum würde es gehen? Also, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber dieser, es war irgendwie so ein skandinavischer, relativ kurz, mit so einem Hundetypen. Ja. Also diese Tinder-Story. Wie hieß der nochmal? Dog. Ja, irgendwie so. Ja, naja, da fand ich, ich fand die Prämisse sehr geil, weil das ist halt einfach so eine realistische Angst, die alle tragen, also vor allem auch Frauen tragen, so dieses, okay, ich date online und gehe dann zu irgendjemand nach Hause, weiß nicht, was mich da erwartet. Sowas würde ich machen, aber halt in gut. Das ist jetzt einfach gesagt, aber nee, ich finde halt, genau, der Film, die Umsetzung war dann eher nicht so, aber nee, das fand ich ganz gut. Schreibt mal euren Horrorfilm-Pitch auch in die Kommentare, ich will da was lesen und macht mal, schreibt mal einen Titel dazu. Ich will immer euren Geiltscheidler nehmen. Und irgendwas, wo der Böse gewinnt oder die Böse am Ende, weil das passiert leider zu selten. Ja, ja. Nicht, dass ich möchte, dass Böse gewinnt, aber. Ich sage ja immer, es ist ein Traum von mir, irgendwann mal einen Film zu drehen. Ich habe nicht mehr die Ambition, dass ich irgendwie eine Karriere draus mache oder sowas, aber so einen Film mal in seinem Leben gedreht zu haben, das hätte ich schon mal Bock drauf. Und ich wäre schon ambitionierter, aber ich würde jetzt gar nicht so ein Riesending, ich würde am liebsten einfach so einen richtig schönen, dreckigen, sleazyigen Slasher drehen. Ja, so Slumber Party Massacre 4, einfach so einen vierten Teil oder weißt du so, Freitag der 13. 27, sowas einfach. Kann ich da mitspielen als Opfer, das ist doch richtig ekelhaft. Genau, und ich kille mich selber mit Axt in den Kopf und sowas. Ja, aber ich würde jetzt glaube ich mischen mit, ich habe mal so ein Exposé geschrieben für einen Film, ein Slasher in Berlin und der gleichzeitig ein Coming-of-Age-Film ist. So was, so eine Mischung fände ich geil. Auch sowieso mal ein Slasher in Berlin einfach, das wird auch mal weiter kommen. So, die nächste Frage von Justin Bakura, gerne Horror-Geheimtipps. Oh, Leute, da habe ich mir was aufschrieben. Wusste nicht, ich musste mich irgendwann zwügeln, wann ich stoppen soll, aber ich habe ein paar, ich habe bei Night of the Creep schon genannt, das ist vielleicht nicht so ein Geheimtipp. Jetzt läuft er gerade oder lief gerade im Kino TV Glow noch, weißt du mit TV Glow? Die Regisseurin hat davor einen hammergeilen Indie-Film gemacht, wo es um Mädchen geht, die in so ein Online-Horrorspiel so ein bisschen reingerät. Dann, was ich gerade meine, Slumber Party Massacre ist so eine total vergessene Reihe aus den 80ern, so eine Slasher-Reihe. Der zweite Film ist so ein Rock'n'Roll-Fest, das ist richtig geil, da kommt ein Typ und tötet Leute mit seiner E-Gitarre und sowas, der geht richtig ab. Dann, es gibt einen Regisseur, der heißt Frank Heenlotter, auch so 80er-Zeug, wenn ihr vielleicht Basket Case kennt, das ist so sein berühmtes Ding. Der hat zwei Filme gemacht, Brain Damaged und Bad Biology, die kann ich sehr empfehlen. Und Mike Flanagan, sein erster Film, Absentia, auch richtig geil, auch schon richtig creepy. Dead End, googelt das alles mal, Beyond the Black Rainbow von dem Mandy-Regisseur. Leute, da habt ihr schon ein paar Sachen, die ihr jetzt zu Halloween gucken könnt, die richtig, richtig geil sind. Mein Geheimschirm ist nicht ganz so extrem, aber ich bin da ganz zufällig drauf geschossen, weil ich in Sneak Preview war und es ist eine Horror-Komödie und es ist ein Musical. Und es passt gar nicht so ganz zu Halloween, weil es an Weihnachten spielt, aber es ist trotzdem geil und das heißt Anna and the Apocalypse. Und das ist total bescheuert, es ist eine Zombie-Apokalypse, die plötzlich ausbricht und die singen dann halt, während sie die Zombies töten und es ist sehr, sehr witzig. Die letzte Frage kommt von Overlook Room 237. Mich würde folgendes interessieren, nennt jeweils die zwei für euch besten Horrorfilme aus den verschiedenen Jahrzehnten, beginnt mit den 60ern, 70er, 80er und so weiter. Zwei Filme der 60er, let's go. Okay, Klassiker, Psycho und der Vogel. Die Vögel. Der Vogel. Hält ihr nicht? Der Vogel? Ja, klar, der da hinten. Ja, ich glaube, ich habe auch die beiden aufgeschrieben, ja. Die 70er sind bei mir Halloween, also das Original und Suspiria. Hast du auch? Ich habe Suspiria, aber ich habe nicht Halloween, weil ich dachte mir, dass du Halloween nimmst, deswegen habe ich Alien. Bei 80er habe ich das Ding aus einer anderen Welt und Tanz der Teufel. Ich habe die Fliege, finde ich All-Time-Favorite, habe ich ja schon vorhin genannt. Und The Shining auch. Here's Johnny! Nein, die ist auf jeden Fall im Leverage Project, ganz Ende der 90s. Leute, wer sehr sagt, der ist langweilig. Habt ihr keine Gefühle? Habt ihr keine Angst in eurem Körper? Habt ihr keine Kindheit gehabt? Wart ihr noch nie im Wald? Der ist doch wirklich cool. Und? De la morte de la mode? Oder Cemetery Man? Ich mache es ganz kurz. Candyman und Scream. Ja, Candyman bin ich nicht so. Ich liebe Candyman. Die Nullerjahre, American Psycho und Jennifer's Body. Oh, American Psycho, ja. Habe ich gar nicht so einen Horror reingezickt in meinem Kopf, aber ja. Ja, Leute, wusstet ihr, kennt ihr Matthias? Ich habe noch nie so drüber geredet, aber den finde ich ganz nett. Und 28 Days Later, der ist ja immer sowas von geil. Ich dachte da, ich gucke jetzt einfach so einen Zombie-Film mit schlechter Kamera, ist der intendiert. Hammer, hammer geil. Die 10er, House of Jack-Bild hatten wir auch schon. Meisterwerk und Hereditary. Das muss natürlich einfach sein. Ja, ich wusste, dass ihr Hereditary nehmt, aber ich wollte auch unbedingt Ari Aster nehmen, deswegen habe ich Midsommar. Und? Genau. Dann auch nochmal schwierig, die 2020er. The Outwaters, von einem Footage-Film, der glaube ich in Deutschland noch nicht mal raus ist. Wenn der kommt, Leute, guckt den euch an. Ich habe ja sowieso mal auf Filmstarts Video zu ganzen Fun-Futage-Zeugen und sowas gemacht. Und dann Deadstream auch so ein Fun-Futage-Ding. Das ist so ein Fun-Ride einfach. Ich hatte schon überlegt, The Substance zu nehmen, aber wir haben ja jetzt erst über den gesprochen. Und deswegen habe ich mich für Infinity Pool entschieden, von Baby Cronenberg. Und meine zweite Wahl, das erste Omen. Ich habe noch eine Frage an euch zum Abschluss. Was ist denn eure Halloween-Tradition? Bei mir ist auf jeden Fall sowas. Wir schauen auch The Dead mit dabei. Was ist bei dir? Bei mir sind es die Halloween-Town-Filme. Deswegen schreibt uns das mal in die Kommentare. Was schaut ihr an Halloween am liebsten? Und ja, wir sehen uns in den nächsten Horror-Videos wieder. Bleibt dabei, feiert mit uns die Halloween-Season. Guten Flug. Guten Tag.